Wenn der Vorhang aufgeht, sieht das Publikum zum ersten Mal das Tokio Nationalmuseum, ein Zimmer, ein Raum im Tokio Nationalmuseum in 1952. Wir sehen da amerikanische Soldaten, aber auch japanische Geishas. Wir sehen da modernen Japan, Japanerinnen und Japaner in vestigierter Auszug und Kleider. Aber wir sehen auch noch immer das alte Japan. So, wir sehen diese Misch, die Japan immer noch heute zum Tag hat. Und dann auf einen Moment, ein wunderbares Moment, kommt der Sohn von 25 Jahre alt in das Museum und erkennt zum ersten Mal ein Kimono und danach sieht er natürlich ein Samurai-Schwert. Und dann muss er sofort zurückdenken nach seiner Kindheit, wenn er drei Jahre alt war, wenn er seine Mutter gefunden hat, tot im Haus. Die Puccini Madama Butterfly erzählt die Geschichte von der japanischen Geisha Chocho-san. Sie verheiratet sich mit dem amerikanischen Marineoffizier Benjamin Franklin Pinkerton. Und das sieht im ersten Akt sehr schön aus. Sie haben auch eine Hochzeit. Aber wir entdecken sehr schnell, dass er nicht der Planung hat in seinem eigenen Kopf, um da lang zu bleiben in Japan. Dann in der zweiten Akt sind wir drei Jahre später und haben wir entdeckt, dass Pinkerton Japan verlassen hat. Aber das Butterfly schon vor drei Jahren allein in das Haus, was er noch immer für sie gemietet hat, lebt mit ihrer bedingenden Suzuki. Mittlerweile ist der Chocho-san auch verstoßen durch ihre eigene Familie, weil sie ist Amerikanerin geworden, so wie sie selbst sagt. Und eigentlich kann man sagen, jetzt befindet sie sich in einem Niemandsland. Sie ist nicht Japanerin, aber sie ist auch keine Amerikanerin, weil der Mann ist nicht da. Und dann entdecken wir halbwegs in diesem zweiten Akt auch, dass es ein Kind gibt, dass da ein Junge ist. In unserer Insignierung steht der Sohn zentral, denn er ist sozusagen der Schlüsselfigur, die Osten und Westen, Japan und Amerika in eine Person verkörpert sozusagen. Und dann in dem dritten Akt entdecken wir, so gesagt, dass Pinkerton ein Geheim hat. Er ist schon verheiratet mit einer Amerikanerin, Kate. Und am Ende von unserem Abend schicken sie die Sohn mit, das kleine Kind geht mit mit Pinkerton und Kate zurück nach Amerika. Aber bevor sie das Kind wirklich abgibt, pflegt sie Harikiri, die japanische Selbstmord, weil sie kann nicht zurück nach ihrer Familie, aber sie kann auch nicht vorwärts nach Amerika. Also das Einzige, was sie machen kann, ist zurückgehen nach die japanische Tradition von ihrer Familie, die alte Tradition. Und das ist das Retten von ihrer Ehre und das heißt Selbstmord. Musik Puccini hat natürlich auch oft sicher auch in meiner eigenen Heimat in Holland den Ruf Edelkitsch zu sein oder zu groß in die Emotionen. Musik Ich denke immer, wenn man Puccini und seine Musik, aber auch das Schauspiel wirklich von allen Klischees und von allen zu vielen Ritenuti und Rallentandi und die Edelkitsch wegputzt und wirklich zu dem Kerne vom Stück geht, ist das eine sehr emotionale, hervorragende Weise, wo er uns Menschen und auch diese Identitätskrise, diese Clash von Kulturen malt, wirklich wie ein Filmskript. Musik Ich hoffe, dass das Publikum in unserer Produktion nicht nur sieht, dass ein Museum ein Tempel von Kultur ist, aber auch ein Erinnerungsraum für unsere Sohn und dass es durch die Augen von das jetzt gewachsene Kind siehst, was diese Krise von Identität, Leben in einem Niemandsland, nicht genau wissen, was du bist, bin ich Amerikaner oder bin ich Japaner, ohne Würzel zu leben und als dreijähriges Kind deine Mutter zu verlieren an Selbstmord. Musik 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 Musik